Ah, okay, ich seh schon, was ich machen muss. Oder zumindest ein Teil davon. Hier oben ist keiner? Gut. Ich hör die da unten die ganze Zeit rummeckern, die ganzen Slicks. Mudakness, wollte ich schon sagen. Okay. Die labern sich da gegenseitig, wohl kann das sein? Oh mein Gott, okay. Ich will noch so ein bisschen unschüssig, was ich hier genau machen soll. Ist die Tür da unten zu oder wie genau das? Ich meine, über das Boost kann ich mich hier nicht beschweren, dem Level. Ah, okay. Alles klar. Ich glaube, ihr habt Gewehre, okay. What? Piss off? Ich wollte das gar nicht... Achso, ja, ich habe den anderen Knopf wahrscheinlich noch ein bisschen gedrückt gehalten. Habe ich jetzt überhaupt gar nicht dran gedacht. Okay, dann stelle ich den Affen jetzt aber mal auf den Schalter. Was mir das jetzt gerade bringt, weiß ich zwar noch nicht so genau, aber okay. Ja, klar. Der wird dann geöffnet. Der Tor, richtig. Äh, geht das auch wieder zu? Äh, bleibt's offen. Okay. Ich kann natürlich auch einfach die Explosionssachen da oben benutzen, natürlich, aber jetzt ist mir viel zu leicht. Ich will lieber ballern. Das sind aber ganz schön viele da unten. Das wäre natürlich cool, wenn ich die alle irgendwie auf einen Platz sam... Ja, äh... Zerstören sollte ich die Explosionssachen hier vielleicht nicht. Wäre vielleicht sinnvoll, wenn die noch zu benutzen wären. So, der ist jetzt schon mal Schrott. Mal gucken, ob wir hier so einen Rambus-Lick haben. Ohne viele kaputt. Ich glaube, der zweite ist auch schon kaputt, glaube ich, ne? Oder das sind nur drei da... Okay, das ist noch einer. Mein Gott! Ich meine, der hat's auf jeden Fall drauf. Schade. Beim letzten ist er gescheitert. Ne, 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 ne. Okay, ähm... Gut, ich hab immer auch keine Ahnung. Das Level ist zu viel für mich. Dann mach ich jetzt hier erstmal einen Quick-Safe, weil ich glaube, das war schon mal ganz gut. Ziemlich wenig Explosionssachen verwendet, aber relativ viel Ertrag gehabt. Okay. Scheiße! Ich hab auf jeden Fall schon ein paar Mal getroffen. Ich hab mal, ich treff dich überhaupt. Ich hab' ihn scheinbar nicht getroffen. Auch wie ärgerlich das ist. Quick-Load! Ich hab' ich... Hab' ich doch grad' gemacht, oder? Quick-Safe? Ja! Puh! Ha! Gut! Ich hab' schon gedacht. Ja, ich kenn' mich ja. Hab' ich den wirklich gemacht? Äh, äh... Find' ich jetzt ja einfach nur blöd. Da unten scheint keins Leak mehr zu sein. Gut, das heißt, ich hab' den wahrscheinlich wirklich gemacht. Hoi! Oh mein Gott! So, okay. Alles klar, alles klar. Hups! Und... So, und adios, amigo. So! Sehr gut, okay. Problem Nummer eins wäre schon mal gelöst. So, dann holen wir den Mansch grad' mal ran. Ah, butch! So. Äh... Autsch! Weil wie ich den... Ich kann den Mansch hier grad' nicht wirklich gebrauchen. Ach, komm. Der bringt ja eh nichts, wenn du davon was nimmst, weil, äh... Ne? Weiß Bescheid. Du benutzt halt ja eh nicht. So. Ah, ne? Was will ich denn da ja überhaupt? So, und dann gehen wir wieder hoch. Hopp! Und... Hopp! Oh! Und nochmal! Jo, und... Jo... Und... Okay, komm. Ja. Und... Hopp! Jawohl! Und... Ja, ganz ruhig. Ach, ey, der stand doch mit einem Fuß noch da. Okay, ich meine, in Wirklichkeit wäre da auch runtergefallen. Ist okay. Aber ich habe jetzt einfach mal so, ne, den Pixeln vertraut. Dass die Pixel ihre Arbeit machen. Aber leider ist das hier ein bisschen zu gut programmiert. Also, war das zu gut? Ach, keine Ahnung. Okay, das sieht aus, wie kann man da so eine schöne Kettenreaktion machen. Das war hier der Bereich, wo wir... Wo ich vorher schon war, glaube ich. Da dürfte nichts mehr sein. Genau, richtig. Ja, das war der. Gut, dann machen wir hier erstmal ein Quicksale, wo meine Stimme ist gratis. So was von abgekackt, ne? Gut, dann machen wir hier ein Quicksale, wo wir... Und was sieht... Ist da unten das gleiche Spielchen? Ich habe immer Angst, dass ich die Sprünge verkacke. Meine Angst ist ja das falsche Wort, aber... Die Sorge vielleicht. Okay. Das war doch schon mal ganz gut. Ist da sonst noch jemand, oder... War's das? Oh, es respawned. Dankeschön. Nui! Hoi! Okay, gut. Dann gucken wir jetzt erstmal uns hier unten weiter rum. Auch im Bereich der Explosionskisten. Hups. Okay, und... Lauf, lauf, lauf! Oh mein Gott, dahin geht's ja noch weiter. Pfff! Ich meine nicht, dass ich hier jetzt schon so viel geschafft hätte. Aber ich habe hier echt Schwierigkeiten halt mit dem Springen und so. Äh, ja. Gut, Dennis. Das war, äh, für die Katz. Würde ich mal sagen. Oh, da ist auch so ein fetter. Oh mein Gott. Wobei... Oh Mensch. Dankeschön! Macht noch jemand das Tor? Achso! Ja, guck mal her an. Das ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Stürmer danke geht doch verflucht Schade wechseln kann ich gerade nicht Ah ich muss da wieder raus Bevor die Tür zu geht Okay Hervorragend Ich schaffe das nicht Die Wien sind leider zu schnell wieder da wahrscheinlich Okay das hat gerade eben mal so funktioniert So und komm geht doch mal kaputt Danke Herrgott Was ist das With Spooze 99 Luftballons Mega Leute Da sind keine Slick so wie es aussieht Komm ich mit hier hoch Oh jetzt will ich gleich mal gucken ob ich den explodieren lassen kann Invisible Das ist natürlich interessant Kann ich ja mit beiden trinken oder Ich kann mit dem nicht furzen Explodier Patsch Ach ich hab gedacht da kommt ein bisschen mehr Fleisch Ich hoffe glaube das war's Ich weiß es nicht So okay Ähm Ich muss mal kurz nachdenken Moment Unser Typ steht jetzt gerade hier Nicht Das heißt Komm ich von da aus wieder hoch Ja Dann führe ich dich jetzt erstmal hier durch Weil ich denke mal der muss erstmal hier in den Zwischenraum Der Munch Wo öffnet sich jetzt die Tür Da Okay Hups Also dann müssen wir mit dem Ape wieder hoch Ne Kostet ja nix Außer kostbare Zeit Und hebs Nein Oh Ape Ach da ist ne Zeitanzei Das ist ja ne coole Sache Das wusste ich gar nicht Da unten der Ring Nämlich wenn der schwarz ist Komplett denke ich mal Dann ist die Tür zu dicht Oder dann geht's erst zu Das ist auf jeden Fall ganz cool Aber oh mein Gott Oh Mir würden so viele fiese Stellen im Spiel jetzt einfallen Ne Die eventuell kommen Weiß ich aber nicht So okay Das heißt dann muss ich wieder hier herüber Ich brauche eh hunderts Boost Von daher ist das okay Ob ich jetzt an einem Ding da immer rumstehe und so Und das immer wieder nachwachsen lasse Oder ob ich die jetzt hier einsammle Ist eigentlich Gehofft wie gesprungen Dann stellst du dich schon mal da hin So So Man sollte nur nicht in die Mine reinlaufen Während man das Boost einsammelt So guck mal Zwei dritte haben wir jetzt schon mal fast Hop Oh mein Gott Achso Ja genau Der Basketball Bombs 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 Okay Hup Ey Ape Hup Danke Ich mach mal zwischendurch einfach mal ein Quick Save Weil ich jetzt gerade nicht weiß Ob ich Als ich mit dem Fett nach oben gelaufen bin Danach noch eins gemacht hab Hup Ja danke Und Ich hoffe wenn wir jetzt hier den Glacken finden sollten Dann dürfte das glaube ich schon Nummer 4 von 5 sein oder Ich meine ja Ich weiß noch nicht wie viel Kohle wir mit den ersten Beinen bekommen haben Aber mit dem Grad haben wir glaube ich 60.000 80.000 Walter ist der Millionär ey Wenn wir so weitermachen Der Lulu Der die das Lulu Warum man Lulu heißt das weiß ich auch nicht aber egal Hup Hi Ah Mano Zauker sammeln aufs Buß ein Ach wahrscheinlich brauche ich mir manchen aufs Buß ne Wäre natürlich geil Würde mich riesig freuen Hi Okay und Hi 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 Dupi dupi du So Okay Ah ne Nase juckt Ist ja auch nichts neues So Schön auf den Schalter drauf gefallen Ganz vorsichtig Dennis Ganz vorsichtig ne Weiß Bescheid Kurz am Kopf kratzen So Hi Okay Du gehst einfach mal dahin Weil du es kannst So und du springst jetzt hier rüber Und sammelst dann noch das Buß ein Was hier noch so rum fliegt Wird wahrscheinlich nicht reichen Aber egal Da ein bisschen was uns da noch fehlt Da können wir uns auch noch wieder wachsen lassen Dupdup Und Ah ich wollte es nach Gefühl machen Dass ich den dann noch so im letzten Moment einsammle Oh Ich hab den zum Verrecken vorher nicht gesehen Oh mein Gott Das reicht Ja Und jetzt auf Ab du Sau Und explodier So Ich hab den grad echt nicht gesehen gehabt Die ganze Zeit nicht Energietechnisch aus Auch echt ziemlich gut Ich seh Ich hab da grad was interessantes gesehen Und zwar den Brunnen da hinten Ja ich muss nochmal ein Quicksafe machen Ich weiß Ich weiß nicht wo der mich hinführen wird Ich bin mal gespannt Äh Quickload Besser ist das glaube ich Hm Also okay Dann machen wir erstmal mit dir weiter Wie viel hast du? 95 Komm dann lass mich jetzt ein paar noch nachwachsen Und investieren dann mal die 99 Für den einen Für das eine Ding da Keine Ahnung was das ist Oder was das bringt Vielleicht sehen wir dann Superman oder so Hi Hi Oder der Brunnen wird dann aktiviert Was uns das bringt Weiß ich auch nicht Vielleicht kommen wir dann zu Mudakens Alles weg Alles weg Alles weg Okay Schön Kran Ich vermute es ist ein Kran Genau Den gibt's hier auch noch Ich hab da grad ziemlich viele Explosionssachen gesehen Nur äh Und hat man schon wieder eine Aufgabe bekommen Bisher noch nicht Okay Ich mach jetzt hier trotzdem nochmal einen Quick Save Oh mein Gott Okay Und das Ding geht natürlich nicht auf Ist klar Können wir hier rein Ja klar Natürlich du mich auch Was bringt uns das denn dann hier? Hä? Wofür hab ich jetzt 100 ausgegeben verflucht? Ich bleib erstmal mit dem hier stehen Ne? Ist glaube ich wirklich sinnvoll Vielleicht Vielleicht auch nicht Keine Ahnung Da will ich mich noch nicht festlegen Also okay Da oben so ein Schalter Kann ich mal eben so betätigen? Okay Okay Quick Save Natürlich Wie lange bist du unsichtbar? Ich hoffe mal lange genug So ein bisschen Spooze wäre schon mal nicht schlecht Ne? Damit wir im Notfall einen übernehmen könnten Nein Der kommt natürlich nicht hoch Ist klar Boah Da geht ja Ist doch voll viel los hier Ey, was ist das denn für ein Schitt?